Ich hatte vor zehn Monaten ein schweres neurologisches Problem, das zu einer kompletten Lähmung der linken Körperhälfte geführt hat. In der Zwischenzeit hat sich die Symptomatik zwar entscheidend verbessert, aber die linke Hand tut noch immer nicht das, was sie soll. Das bereitet zum Beispiel bei kleinen und großen Verrichtungen im Alltag immer wieder Probleme. Dazu gehört zum Beispiel auch bei der Morgentoilette das Zähneputzen oder zum Beispiel auch das Kämmen, Haare waschen. Und diese kleinen Verrichtungen, die eben nicht funktionieren, die verhindern im Endeffekt einen glücklichen Start in den neuen Tag. Musik Jetzt finde ich auch die Lösung mit dem Saugnapf interessant. Mit dem Überlauf finde ich noch genialer, weil wir da eine bestehende Struktur einfach wieder weiterverwenden können und nutzen können. Das finde ich genial. Mit dem Überlauf Das ist es. Danke.